Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es ist jetzt 2.43 Uhr und ich habe so um 1 Uhr rum oder zwischen 0 Uhr und 1 Uhr habe ich erfahren, dass eben wie ihr hier links von mir seht oder rechts von euch Castlevania Resurrection aufgetaucht ist im Internet. Eine spielbare Demo-Disk von 1999 wurde erworben und nun veröffentlicht. Es ist ähnlich wie mit diesem Dinosaur Planet Spiel, was da veröffentlicht wurde. Ja, ich freue mich sehr drauf, ich finde das ziemlich nice und lass mich kurz ein bisschen was ablesen. Genau wie gesagt, stammte diese Demo von 1999 und ich wollte gleichzeitig ankündigen, dass heute Abend, also am 29.04. ein Stream stattfinden wird um 1.30 Uhr mit mir und diesen Prototypen. Ich habe ihn hier bei mir zum Laufen gekriegt, zwar über Umwege, aber es geht, aber es ist auch erstaunlich, wir werden da noch eine andere Art besprechen, wie man das Spiel zum Laufen kriegen kann, eine sehr schöne und auch wirklich realitätsnahe. Aber nichtsdestotrotz werden wir morgen viel Spaß damit haben und mal gucken, was uns da so entgangen ist aus dem Jahre 1999 mit dem Castlevania, das für die Dreamcast geplant war. Denn es handelt sich dabei immer um ein Stück Videospielgeschichte, welches verloren gegangen ist und jetzt wieder aufgetaucht ist und das jetzt für alle frei verfügbar ist. Das ist immer eine schöne Sache, wie ich finde. Fand ich schon bei Dinosaurplanet ziemlich nice und freue mich jetzt drauf, mit euch zusammen dann morgen, beziehungsweise heute Abend, Castlevania Resurrection zu spielen, soweit wie es uns lässt. Und ja, das ist die News und somit verabschiede ich mich jetzt in die Nacht und gehe auch mal schlafen. Bis dann, gute Nacht. Und ja, das ist die News und somit verabschiedet.